Vor Erich lag ein wunderschöner Tag. Hallo, junger Mann. Tag. Doch dann kam alles ganz anders. Bitte, wo bleibt mir jemand feststellen, dass wir hier feststecken, oder? Hallo! 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 Sag mal, ist das jetzt das D1 oder das D2? Hier, Biggit. Wie wär's denn mit uns bei, Leute, Arme? Mal ein bisschen privat trainieren, hä? Hey, Kuh hier. Ihr sollt erst mal Liefde lassen, bevor sie mich auch abbaggert hier, hä? Kehrt aber orange auch bis zum Hals hier, du. Ha! Das geht ja schon fast in Ananas, üblich, du. Was haben wir hier im Kleid versteckt? Entschuldigen Sie, ich bin schwanger, wenn Sie es genau wissen wollen. So, so, schwanger. Das würde ich ganz gern genau wissen, ja. Das kann natürlich ein Babyköpfchen sein. Es könnte sich dabei aber auch durchaus um unseren Udenhausen der Barbenhöfen der Räucherschinken handeln, den wir derzeit für 13.40 im Angebot haben. Ich hab mich mit 30. Das erste Mal nach ich gesehen. Ja, durch Zufall. Im Bar. Ach, ich bin heute auch so geil. Jetzt willst du sagen, trinken wir erst mal was. Was trinken wir denn, Biggit? Was haben wir denn hier? Ein Schattel. Ja, trinken wir ein Schattel, hä? Das hebt die Stimmung, hä, oder? Und die Latte, hä? Ha! Ha! Du musst es philosophisch sehen. Nein, du kommst gleich hier nicht raus. Aber woanders kommt vielleicht irgendjemand nicht rein. Ja! Äh, und Mami? Wenn ich hier nicht weiß, was passiert, du! Dann ist der Käse gegessen! Dann ist der Käse gegessen! Mit Latex, du Scheiße. Weißt du, ich hab noch zuschauen? Abutze. Abutze! Der Badesalzfilm. Ha! 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 Musst ja gar mal an, hier!